Hallo und herzlich willkommen zum letzten Podcast des, der WOCP. Ich bin nicht alleine, denn ich bin Joke-Fan-Posch, A-D-K-A-Fin, falls man es nicht erkannt hat. Ich habe nämlich King-Lord-Goat-1-1-0 mitgebracht. Es ist nicht King-Lord-Niklas, keine Sorge. Es ist Stefan 1-1-1-0. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, wir sind zu zweit, weil die anderen haben irgendwie keine Zeit dann gehabt. Das hat sich irgendwie nicht so ergeben. Und ja, der Hartmann kann sich dann auch mal dazugesellen zum Finale. der Liga des großen WOCP-Events, die Championship. Ja, was soll ich groß sagen? Man sieht am Match-Up schon, Sun City Fint gegen Lucio Zu, dass wir hier das Finale haben. Es treffen die Brezis gegen die Tarnsteine. Auf die Tarnsteine, so. Der Weg von beiden war etwas holprig, würde ich behaupten. Die Tarnsteine oft auch mit Differenz. Gerade war es so weitergekommen. Man muss auch tatsächlich sagen, das ist ganz witzig. Die Brezis und die Tarnsteine haben in ihrem ersten Spieltag das erste Game 3-1 verloren. Und sind beide im Finale. Das ist ziemlich lustig. Hat die eben auch 1-3-Fan. Ja. Da hat nur Jonas gekämmelt als Lucien. Ja, da hat Noah böse gejokestet. Ähm, ja, da muss man, ähm, sagen, dass, so einfach es gehen kann, das zeigt doch ein bisschen vielleicht Playoffs. Wir waren jetzt, beide wurden wir auch Dritter, also beide Teams. Ähm, also es war, also die wurden souveräner Dritter als wir, würde ich behaupten. Ähm, also wir wurden am Ende plötzlich Dritter, obwohl wir, keine Ahnung, ob wir, obwohl wir irgendwie so ein bisschen gestruggelt haben, überhaupt reinzukommen. Ja, nee, also, obwohl, wenn ich so überlege, also, Troubles hat halt mittelmäßig performt, äh, Jonas war basically der Seabird, der Tarnsteine. Ähm, Oskar war halt so das Schlusslicht und, ähm, Rafa, Rafa, sorry, hat jetzt, äh, auch nur mittelmäßig performt. Ja, man kann, man kann vergleichen. War so ungefähr wie bei euch. Ja, man kann vergleichen. Gumba hatte noch ein paar Lichtblicke. Der ist am Ende positiv gegangen. Der war so der, ähm, äh, Oskar der Konferenz war. Ich glaube, Oskar ist auch positiv gegangen. Äh, Rudi, ich. Ist Oskar positiv gegangen? Ja, ja, ist 4-3 gegangen. Der stand zwischenzeitlich auch noch besser. Oskar war positiv? Ja. Oder tatsächlich Oskar war negativ? Ah, okay. Dann waren Rudi und ich, waren, der Frabbles und, äh, der Rafa der anderen Gruppe. Und, ähm, ja, aber irgendwie haben wir uns dann alle durchgemogelt, durch, ähm, gegamed, falls man Rudis Game gegen Jump gesehen hat. Ähm, und jetzt stehen wir hier im Finale. Es ist das erste Match, ich hab die mal nach, äh, Wann die Karben sortiert, weil das, äh, was man wissen sollte wahrscheinlich, wenn ihr das hier seht. Aber was halt, äh, äh, wichtig ist eigentlich, wann welches Game stattgefunden hat, so für die, wie man spielen musste, etc., ne? Das wird man schon sehen. Ähm, das ist mein Match. Ich hab ja Rain und Lucio zu hart, auch coole Manns. Großes Problem, muss ich schon mal vorab sagen, daran erinnere ich mich noch, auch wenn's ein bisschen erst ist in der Prep gewesen, halt, äh, Coco. Weil Coco, ähm, macht nicht nur ganz gut Schaden gegen mein Team. Also, gut Schaden kommt sogar einigermaßen rein, das ist ein bisschen doof, dass Dragon mein Coco-Check ist, aber es ist halt so. Aber großes Problem an Coco ist halt, ich kann kein Rest-Manner viel spielen, also ich spiel's trotzdem, weil ich kann's ja schon ergeben. Und ich spiel auch Rest gut, aber das ist halt ein großes Problem, so, dass ich halt auf zwei Months in Rain gerne Rest spielen würde, aber es halt einfach nicht geht. Oder halt, mir verhindert wird durch Coco. Dazu kommt Coco auf Zapdos ganz gut rein. Äh, das ist ein Problem. Dazu, ähm, ist Coco nochmal nice gegen alles. Keine Ahnung, Coco holt auch einen schnellen Volt-Switch gegen irgendeinen Manafee-Set raus, rein theoretisch, wenn ich irgendwie Walk-On-Spiele. Das, ne? Problem ist halt, mein Ground-Type ist Seismetode. Und das ist dann gar nicht so gut. Und der sah jetzt auch nicht so gut aus Focus-Blast gegen Ferro Focus-Blast, Power-Vip, IQ. Und Coco hittet hier halt auch eigentlich alles richtig gut, außer halt, ja, Gudrun hittet es ja auch mit seiner Coverage. Ja, und mit seiner Coverage, die der Step ist, wenn so dumm das klingt, aber, ja. Ähm, es sieht sehr mittelmäßig aus, wenn, äh, Leute sagen. Ähm, und ansonsten, ich muss sagen, ich glaube, ich spiel nicht mal ein Helmet gegen Ushifu, weil der kam immer mal Pads. Und gegen Zapdos erwarte ich den auch ein bisschen mit Pads. Äh, was natürlich, ähm, jetzt wird's krank, ähm, mein Zapdos, das weiß ich noch, hat ein Utility-Umbrella. Das heißt, mein Zapdos kann wissen im Rain, äh, warum der den hat, damit der von Searching Strikes im Rain nicht zu viel bekommt. Ähm, also, es klingt ein bisschen bescheuert, dass das Mon, was im Rain gebufft wird, den Rain abgenommen bekommt, quasi. Aber, ähm, und was war ich noch? Ich glaube, mein Gengar-Set war auch wieder sowas. War der taunt? Das werden wir erfahren. Der war auf jeden Fall Willow-Hex. Ähm, so. Erstmal auf Normal. Das ist ein Coco-Lied. Und das ist ein Geweih-Class, das Coco sehe ich auch schon direkt. Fick die Prezis, so wie ich sie hören. Hier drücke ich halt direkt Sludge-Bomb, was halt, der lässt halt den rein, aber was will man tun? Das We-Survivor, der Fischer. Fischer. Äh, ich hab ein Cash-Royal-Name-Team. Ich scrollt halt einfach mal rein. Ähm, ähm... Es ist ziemlich obvious, dass er da sein Coco, was noch gut aussieht, nicht im Rain in Manafeel reinschmeißt, aber ich dachte mir... Aber was war... Ja, irgendwie, der hat ja einen Pharaoh, der hat einen Aporion, was sogar einen Bettenperl, was sogar eine Flip-Turn einfach drücken kann. Da hab ich jetzt auch den Skolte an Null gesehen. Ja, die Sache ist halt die, ich dachte, er geht halt hart Coco und dann, äh... Wenn er halt hart Coco geht und ich reste, dann krieg ich eigentlich Schlefftiestes. Er kann halt eine Flip-Turn haben, da gibt ihm das halt irgendwie nix, wenn er einfach hart in Coco geht, würde ich erstmal so sagen. Ja, aber die Sache ist halt die, wenn ich dann reste und dann triggert hier Hydration dann direkt und dann... Oder war das Electric-Terrain eigentlich ab da? Nee, war es eben nicht. Ah ja. Aber naja. Äh, gut, wir sehen hier... Der kommt rein und der blockt meinen, äh, Baby-Drachen, meinen Gutra. Und das ist ein Problem, weil der ist tatsächlich Block, ähm, CM. Und, ähm, ja. Ich hab vielleicht ein bisschen Nils, weil Nils hat Gombard Siebert geblockt, was ganz lustig ist. Hier restet er erstmal eine E-Terrain, das ist ganz lustig. Aber, ähm, hier wusste ich schon, was meine Optionen sind. Ich glaub, wir können mal auf Haast stellen. Man muss sagen, ich hab nicht das offensivste Team gebaut. Man muss dazu sagen, ich hab nicht die physischsten Attacke am Team. Und ich hätte vielleicht Dragontail auf Guter spielen sollen, aber es sah halt overall nicht so gut aus. Mit Block, Rest, CM, Kofag rechnest du auch nicht so. Er hat auch keinen Move gegen Bufferland, muss man dazu sagen. Aber ich denke mal, man kann den schon ignorieren, so gegen Ferro und so. Und, äh, hier kommt Crit into Freeze. Das ist natürlich, das ist Gaming. Da weiß ich noch, hab ich dir überlegt, ob ich irgendwas dummes in den Chat schreibe erzähle oder so. Aber, äh, nee. Weil das wird tatsächlich nicht belohnt. Ähm. Und. Fick die Prez, Lucio zu unser Held. Äh, das Bäumchen muss ich natürlich mal wieder geil fühlen, wenn andere was reißen. Aber, nee. Ähm. Ja. Er restet hier, spielt's halt sicher. Dominanz-Trop. Ja, keine Ahnung, was für Dominanz-Trop. Äh, ist halt ein bisschen, von mir aus, ich weiß nicht, was jetzt hier dominant ist. Der Crit ist ein bisschen nervig, sogar wenn man's noch so will. Weil so bring ich den vielleicht in die Range, dass er resten muss mit Megasesor gegen Gengar. Dass er dann resten muss. Und dann krieg ich Hex raus auf dem so. Aber das, äh, das macht's auch nicht mehr viel. Äh, jetzt kommt der rein. Auf dem hab ich keinen Uncall. Hier geh ich in den Tornado. Äh, der Tornado kriegt nochmal. Geh ich da den, ich weiß es nicht. Hier, äh, ich wollt den Reign nochmal abhaben. Dann resten. Dann kriegt der 100. Ähm. Dann kriegt, macht der nur 10. Und dann kriegt der 100. Und, ja, das ist das Game. Man kann sagen, da hab ich ein bisschen verloren gegen ein Set. Äh, das ist dann 6-0, das in einem Finale ist natürlich ziemlich bitter. Und dann zieh ich das Team auch ganz schön runter. Ja, das ist ein, also man muss sagen, so, das war ja das erste Game. Ist natürlich ein richtig scheiß Start. Ähm, ist da, ähm, ja, man muss sagen, so, Block-Cofake ist jetzt nicht das Set, womit man jeden Tag rechnet. Das ist dann schon... Und zumal, zumal ich jetzt auch wirklich nicht die physischen Attack habe und dann sehe ich halt so CM schon gegen mein Team. Aber, ja, das Problem ist, auch so, Rest-CM ist halt, und dass ich mit guter drin bleibe und Kofake ist ja jetzt nix verkehrtes per se. Und, ah, das ist dann... Ja, ist halt einfach mal, ist halt einfach mal so für den Play-Scouten, was er drücken wird. Aber, dass er dann halt den Block drückt, weswegen du verlierst, ist dann halt natürlich eine ärgerliche Situation. Ja, es ist ein bisschen bitter, ähm, ja, dass ich dann das, wie schon gesagt, das Team so runterziehe. Aber, ein bisschen mache ich mir einen Vorwurf mit dem Mana-Fee-Play vielleicht, aber das ist dann, ja... Hat aber letztendlich dann halt auch nichts geändert, so. Ja, also, keine Ahnung, es ist dann halt, er hat es auch gut gespielt, keines Weh, aber es ist halt auch hauptsächlich das Set, was mich dann am Ende, äh, besiegt hat. Ähm, ich wollte gerade sagen, ich könnte ja auch einfach mal, er hätte früher rauswechseln können, aber eben, das konnte ich nicht. Ähm. Und Moves, als auch gut war, war dann eh schlimm in dem Matchup, fand ich nicht, weil ich wollte auch Ice-Beam für Gliskor und auch Slutschbomb. Also, man muss sagen, Guter war ja auch dann wirklich nur Mitte zum Zweck dabei. Ja, er war halt für Koko, so dumm das ging. Er hat halt keine geilen Moves, die er in dem Matchup so free drücken kann. Man muss, man muss dazu sagen, ich hab das Team nicht mit den anderen Prezis im Voice gebaut, ich hab das Team halt für mich gebaut und dann reingeschickt und ich war halt in dem Moment mit Rafa im Voice. Äh, was da ein ganz lustiger Moment war, war, dass ich laut gedacht hab und so mich gefragt hat, ähm, kommt, ähm, wie heißt, Mega-Saison so auf Koko rein und so. Und dann meint Rafa so, ja, Spidev macht dir das, das Mega-Saison, äh, aber, ähm, Jonas wird schon keine HP-Fire spielen und dann hat Rafa in dem Moment gerafft, dass ich grad WOCP baue und nicht PPL. Ähm. Äh, und, äh, ja, dann wurde eventuell HP-Fire weitergeleitet, aber das hat man nicht zum Einsatz gesehen, das war auch mein Fauxpas, aber insofern, er baut niemals mit dem Final-Gegner gerade im Voice, aber naja. Ähm, nächstes Game. Das ist aber ein schöner Tipp von dir. Danke. Äh, nächstes Game, wir haben Gumbagay mal gegen Frabbles. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin ein bisschen stinkig gewesen wegen Gumbas TB. Äh, Gumbas wollte Sligu nicht bringen. Klar, andere Mons sehen auch gut aus, aber Sligu gegen Ludicolo, gegen Fandi, gegen Wandafi im Reign was resten kann, klingt schon geil. Bin ich ehrlich. Ähm, ja, muss ich sagen, klingt ganz geil, aber ja, irgendwie, es hat auch keine Coverage gegen Ferroforn. Ist schon unverständlich, dass man den da nicht bringen will. Jetzt, so, wenn man auch die Mons sieht, Ferroforn kann gegen alle von die was machen, wenn, also, ich sag jetzt einfach mal, dass seine T-Wave gegen alles drücken könnte, wenn er will. Ja, das stimmt. Ob er dann spielt, ob er den Slot dafür hat, dass... Ich meine, der Switch... Ja, Ritter. Also, ja, ich meine, Natural Cure leider, nee, aber ich glaub, der Switch in Ferro generell war wegen Heil, Gyroball, dass der nicht so viel macht, Minz, Bid, Roserade. Ja, stimmt, stimmt, Roserade ist dann tatsächlich ein T-Wave-Switch und ich hab keinen Natural Cure echt vergessen. Nee, der hat keinen Natural Cure, meine ich, aber Gumba hat sich nicht so auf T-Wave befasst. Ja, der kann's haben, aber der Techniker, meine ich. Aber es ging darum, dass der auch auf Ferro reinkommen kann wegen, ähm, Gyroball, weil Gumba tatsächlich Minz bietet und dann macht Gyroball kaum was. Ähm, und was ist noch so? Also, ja, Ludicolo ist halt ein bisschen nervig, dafür muss, äh, Schirm-Yuxi herhalten. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, was gegen Sligu spricht, ich weiß nicht mal, ob Frabbles das gespielt hat, aber sie könnte rein theoretisch knock Thunderous spielen, knock Manafee, das ist ja weniger, aber knock Ludicolo, knock Ludicolo, der kann alles knock. Ähm, Bear Skeeter ist ein Problem, weil, ähm, da ist Ushifu der Check, Ushifu plus Weavalo der Mega-Sensor, weil halt Psychic-Fanks existieren lassen. Leider. Aber, ähm, ja, Thunderous sieht auch problematisch aus, das ist halt Frabbles-Rain-Team, Frau BB-Rain, und das ist, äh, relativ böse. Äh, ich hab mich erst mal beschwert, wo das normale Beatrice, Gumba hat den coolen Nickname Bullet-Punch, tatsächlich hat das mega, das ist auch kein Bullet-Punch. Ähm, äh, hier knock Gumba erst mal, wie schlecht, Frabbles, da hätte ich Gumba auch schon wieder töten können, so ein Spruch. Äh, so, und jetzt, Gumba hat kein Bullet-Punch, aber es hat eine 50-50 drückt, Bullet-Punch wird hier immer killen und Frabbles gewinnt die 50-50. Äh, aber es hat sich am Ende rausgestellt, dass es nie eine 50-50 war und Gumba gambeln wollte, musste oder so. Und, ähm, Woody schreibt erst mal, hä? Äh, na gut, Pikmin 4 ist draußen, Hals, Maul, Mutter. Äh, boah, also ich weiß nicht, warum ich Pikmin 4, keine Ahnung, jeder fand die Direct-Geil, als das angekündigt wurde. Ich hab das Gumba nicht gesehen. Äh, hier wird auf die PHP-Feier rausgegangen, das ist gut gemacht. Auch wenn's, ja, ähm, hier ist Slutsch-Bomb-Gumba einfach, weil er's kann, macht ordentlich Schaden tatsächlich. Ähm, das muntere Sacken beginnt oder so, äh, Poison, wär nett. Weil, hier merkt man übrigens, was eben, zu dem Thema Differenz nochmal so, kein Ahnung, Frabbles-Rain-Team bietet sich halt an, da einfach mal Monsters hacken. Und, das schadet halt der Differenz und ohne Jonas 6-0 im Rücken ist es halt irgendwo so ein bisschen, äh, wär ein bisschen risky geworden. Emmett, äh, Prykowski, schönes Lego-Naming für ihn von Frabbles an der Stelle. Ja, U-Turn drückt CC, also ein cooler Nickname, Frabbles liebt nämlich diesen Tornadoes-Nickname, deswegen hab ich, ähm, dem Gumba gesagt, dass er den nehmen soll. Jumba hat auch tatsächlich Nasty-Plot im Set. Ähm, aber Frabbles restet einfach trotzdem drauf. Weil, man's kann, I guess. Und jetzt kommt der Nasty, aber jetzt kommt der Skull von, ähm, Frabbles, was ziemlich gegamed war, aber, ähm, ja, Skull killt nicht mehr, weil der Rain weg ist. Jetzt kommt halt Hurricane, Epic Luigi ist drin, das ist ein Brot-Nickname. Äh, Knockoff, Knockoff kommt rein. Äh, Knockoff kriegt leider 100, danke, Gumba, dafür. Ähm, jetzt kommt Staphy Rocks rein. Ich hasse Gumba. Ähm, und er drückt Trick Room. Irgendwie ist das so ein Ding gegen Frabbles, Trick Room zu spielen. Ähm, der ist tatsächlich Nasty-Plot, HP Fire, Trick Room, Psy-Shock, ist eigentlich ein ziemlich krankes Set. Äh, der lebt da so gut wegen dem Schirm halt. Problem ist die Recovery, die dem jetzt fehlt. Ähm, hier Psy-Shocken wir. Das ist okay, dass ich immer noch so machen, aber, äh, da kommt der Take-Low. Nasty-Plot, ne Turn davor wäre vielleicht ein bisschen besser gewesen. Und jetzt endet auch der Trick Room. Das heißt, das bringt jetzt auch gar nicht mal mehr so viel, der Nasty-Plot. Ähm. War doch so der Dominanz-Player, um den Nasty-Plot zu revealen. Ja, irgendwie schon. Man hätte halt da vorne Nasty-Plotten sollen. Man muss sagen, Frabbles hatte, äh, Gumba hat ein bisschen Pech, dass Frabbles irgendwie ihn die ganze Zeit hatte. Und als sie immer gerestet hat, kam halt, äh, geil, die Prezis, ähm, kam dann halt, ähm, was wollte ich sagen? Genau dann kamen halt immer dann die Setups und die Rests. Also es war immer genau vertauscht quasi. Und es war ein bisschen unlikely für Gumba, dass wenn er angegriffen, wenn er genastet hat, dass Frabbles angegriffen hat. Und wenn sie gesetetet hat, dass Gumba passiv angegriffen hat. Boah, das war gut gerettet noch. Ähm. Ja, am Ende gewinnt das Manafeel. Ähm. Von Ferro haben wir noch einmal Jiro-Boy gesehen und ansonsten. Die Manafeel-Prep war ein bisschen beschränkt, würde ich sagen. Ja. Das war's. Ja, ich würde sagen, können wir jetzt zum nächsten Game, oder? Ja, die Ausgangslage, oh, das ist nicht das nächste, das ist das nächste. Äh, die Ausgangslage ist klar. Äh, wir legen 2-0 hin mit einer ziemlich schlechten Differenz. An der Stelle muss Rudi gewinnen, sonst war's das. Mhm. Und er muss gegen den Bürgermeister, gegen den mächtigsten Mann der Stadt, der mächtigste Mann der Stadt, hat auch ein sehr mächtiges Team dabei, mit Mega Dayenzi Weeval. Ähm. Mega Dayenzi, äh, der auch in den Playoffs schon ordentlich Work gemacht hat. Mehr als Mega Gardevoir, glaube ich, in der regellen Phase bei ihm. Ähm. Ähm, aber, ja, man muss dazu sagen, ähm, ich glaube, Urshifu war einfach bandiert. Und, äh, was ganz interessant ist, das werden wir sehen, das Mega ist so von Rudi. Und der Plan war irgendwie, glaube ich, Urshifu Weeval plus Future Side. Und dann am Ende es gab Rotom Heat, der das Mega Dayenzi Turn 1 am besten catchen soll, oder generell irgendwann catchen soll. Also, das war, ähm, so der Plan mit HP Steel. Ähm, ja. Das ist eine coole Idee. Ich würde sagen, gehen wir ins Game. Ausgangslage ist klar, wir müssen gewinnen. Ähm. Ja, und am besten hochgewinnen. Ja, danke, äh, Rafa, für deine Nickname. Sexgott Martin ist drin. Äh, du bist ein Held. Mächtig. Oh, ich schreibe das sogar. Äh, ich kenn mich zu gut. Äh. Mächtig und begehrt. Äh, hier sehen wir Rocks. Das Slowking ist getockst. Jetzt kommt Stunfisk. Äh, der kann jetzt selber rockern. Auch wenn da jetzt ein EQ kommen kann. Ja. Rocks sind obfies. Aber halt für den Future-Site ist halt ein guter Play. Und Pursuit ist ein ziemlich guter Play, weil das ist tatsächlich Banned, Weevil. Und, ähm, so hilft halt Pursuit enorm, dass du, ähm, jetzt sehen wir Sandtump gegen Volkaine, was cool ist. Weil das ordentlich Schaden macht. Ähm. Ich kann erinnern, wurde das jetzt nicht übel lang gezogen? Äh, geht das? Der wird ein bisschen gut. Oder war das andere Scale von Volkaine? Das weiß ich gerade nicht mehr. Aber man muss sagen, dass, ähm, Pursuit von Weevil ziemlich gut war, wollte ich noch sagen, weil Stunfisk, äh... Ja, man muss sagen, Stunfisk ist jetzt ein Mega-Diense-Range-Locker. Ähm, jetzt kommt der hier. Da wird aggressiv das Galerweezing prediktet. Man muss aber sagen, der macht trotzdem beachtlichen Schaden, dieser Sand-Head-Bot. Das ist ja 47, weil das halt bandiert ist. Ich denke, die ganze Zeit-Dredding könnte Roost irgendwie gerade, weil das sieht so aus, das ist so cool. Ja, er hat zwei Flügel. Ey, das ist ja so cool. Jetzt kommt wieder Volkaine und Rudi Sandhump wieder. Ähm, und man muss sagen, an der Stelle, das war danach im Voice, das ist ziemlich lustig gewesen. Rafa hatte richtig, richtig viel Speed auf seinem Volkaine, aber Rudi war einfach Jolly Megasaison auf Volkaine gespeedcrept. Darum kann ich dich erinnern im Chat. Äh. Kommt das jetzt? Ah, ich weiß nicht. Aber jetzt kommt die Gelbe Forelle, leider. Ähm, die Gelbe Forelle könnte jetzt ein Sub bekommen. Warum schreibe ich Rudi in den Chat? Ähm. Ja. Wir werden es nicht erfahren. Okay. Aber es hat einen Skull, okay. Rudi ist der Blau-Fuchs. Oh, ich hab Fax geschrieben. Ich hab Fuchs-Stein. Ja, EQ ist halt gegen Sub-CM. Ob wir das... Ja. So, er drückt jetzt hier einen weiteren Skull, der killt. Ich kann eigentlich nur noch sagen, hier sieht... Also, der sieht hier wirklich stark aus. Ja, aber bandiert das Wii, weil Pursuit wäre ultra stark, aber, äh, Ausbeutung kommt rein. Ähm. Also, Raffas Nickname-Game ist eh, äh, broken. Man muss auch dazu sagen, dass... Bei diesen 6-Ray-Namen hoffe ich, dass ich nicht gecancelt werde, oder so. Äh, das schaffen wir schon. Aber die, dass wir schauen. Äh, so, Teleport-Slowkick, wieder in Rotem Heat. Und jetzt gibt's, ähm, Wohl-Switch oder HP Steel. Ich weiß nicht mehr, was es jetzt gibt. Ähm. Wir sehen nochmal den Wohl-Switch. Es ist Graf Rotem Heat. Wir merken, schauen uns mal langsam. Der kommt immer auf Rox rein. Der hier ist noch da, aber ansonsten sieht Rotem Heat leider echt scary aus. Ähm. Ja, das stimmt. Problem ist, äh, der lässt jetzt wieder Raiko rein, aber, äh, Raffan schädelt sich für Toreen. Und, Ernst, Achtung, äh, jetzt mal kurz die Augen zuhalten. Äh, kommt kein Misty-Gefeier. Gut gemacht, Rudi. Ähm. Ja, passiert. Jetzt so ein Zentrum wäre ein absoluter Chat-Player, aber das macht Rudi nicht. Aber ein Chip auf Raiko mit, äh, Rox und alles ist nice. Und das ist auch nice. Und da kommt auch der T-Bold, Gott sei Dank. Und, ähm, jetzt könnte Rival Pursuit trappen. Und, stand jetzt hat, aber, ähm, Rudi prediktet, dass die Pursuit prediktet wird, vermutlich. Und man kann tatsächlich sagen, man kann tatsächlich sagen, weil der hier ist in Range, das hat Rudi noch auf dem Team-Server geschrieben gehabt, nach Rox jetzt hier, in dem Bereich. Ähm, der hier ist ein Speeder und der hier droppt. Das heißt, äh, wenn Rudi jetzt hier exzelt, ist Game. Ähm, mit 4-0, was dann wieder ordentlich aussieht. Oh mein Gott. Rival, Rival Alex enttäuscht die Menschheit. Aber, aber wer ist denn, wer hätte das wirklich gekillt? Äh, das sehen wir hier nochmal. Dankeschön, Rudi. Ähm. Boah, äh, ey, das ist, das ist fies. Das ist fies. Äh, aber. Äh, wenigstens kommt jetzt noch das Happy End HPC zum Ersten. Äh, so Metzger-Heinz kommt rein, aber Metzger-Heinz ist natürlich wehrlos. Äh, HPC zum Zweiten. Und weil der tatsächlich ja, wie man eben schon gesehen hat, gescarft ist, kommt jetzt die HPC zum Dritten. Und xtrudi.exe macht gefühlt sein erstes Game der Season. Und, ähm, hält uns so im Rennen, würde ich behaupten. Mit 3-0. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel, man muss sagen, ich weiß nicht, wie viel Sludgebomb. Von dem hier auf Roto macht. Wenn halt die Poison kommt, ist super unlucky. Aber man hätte an der Stelle nicht auf Axe gehen können, sondern maybe einfach Slowking-Teleport wäre vermutlich der Play. Ja, das wäre halt, das wäre, ja, das wären Hacken, die unspielbar gewesen wären, ja. Ja, man muss aber dazu sagen, man denkt nicht so ganz dran. Ist das auch vielleicht eine Rolle, ob hier die HP Steel, dass Galoisin killt? Ne, das glaube ich nicht. Wenn das Fist-Dev ist und Roto Mieter, der schon Spätze, der HP Steel ist schon nicht. Ja. Ja, am Ende, äh, 3-0 ist ein ziemlich unbefriedigendes Ergebnis, denn die, die, äh, der Mathe-Mann sind. Das, das viermal, ja, ich meine, ist klar, dass man da Axe drücken will, aber wäre es ja nicht sowieso immer der bessere Play gewesen in... Ja, war vermutlich. ...auf das Weezing zu gehen, weil ansonsten wäre ja sowieso Weaver gekommen und hätte, denke ich mal, einen Kee geklamt. Außer er konnte da jetzt irgendwas mit Wischifo drum rumspielen. Also wäre er ja wirklich besser gewesen. Ähm, ja, also das wäre wirklich besser gewesen, aber das sind dann oft auch so Fehler, wo du dann so denkst, so im Nachhinein, so, kacke, Mann. So, keine Ahnung, ich hatte jetzt hier in der Liga im Halbfinale auch gedacht, so, nach dem Game, du würdest mal auf, äh, Minus Eins, auf, mit Webs auch schnell sein, mit deinem Go, dann würdest du auch das Game gewinnen, so. Keine Ahnung, das sind so Fehler, denn sie sieht man dann erst im Nachhinein öfter mal und vor allem so im Game. Problem ist, der 3-0 Sieg, ähm, Siebert muss tatsächlich 6-0 gewinnen gegen Oskar. Ja. Oskar hat ein Team gebaut bekommen, was ein, äh, Kill claimed. Ähm, also ist das Nasty Rot im Heat, kann ich auch mal vor Wett nehmen, weil... Weil das, also das ist auch erwartbar, das haben wir auch erwartet, weil man muss sagen, Nasty Rot im Heat ist halt ein Problem, weil irgendwie claimt der immer Kills, ein Kills claimt der halt immer so, wenn der mal so nastet und dann so overheatet und so. So sind dann halt, also wenn man schon das Team so an sich sieht, dann bemerkt man, das wird höchstwahrscheinlich der Prediction sein, wann der jetzt, äh, sein, äh, Nasty Move bekommt. Man muss... Basically, er könnte halt auf einen T-Ball, einen Stunt Fisk werfen, dann auf Overheat und dann irgendwie sein Moltres oder sein Toxa-Packs gehen. Was halt... Was halt cool ist, ist, wir sind offensives Bulu mit Oka, Berry und Edge. Ja, okay, das ist dann, das ist wertvoll. Das ist relativ wertvoll, aber auch, also, auf 6-0 zu spielen, schon vorab, das hab ich auch wirklich noch nicht selten erlebt, also ich... Aber, äh, ich bin ehrlich, äh, das ist, äh, Horror. Ich musste mal auf, ich musste mal auf 5-0 spielen, um die Liga zu gewinnen und das war schon wirklich nicht schön, vor allem, weil ich irgendwann weggext wurde und dann angefangen hab, einfach mein Mons hacken zu wollen und ich denk mir, nein, das darfst du nicht. Äh, ja. So, ähm, Ding ist, äh, 6-0 zu spielen ist das andere, aber wenn der Gegner weiß, er muss nur einen Kill claim, das ist nochmal eine Stufe mehr. Ja, praktisch dafür ist aber auch, dass Nebel nicht dabei ist, weil so Pursuits Nebel könnte halt immer so einmal einklären, wenn so, keine Ahnung, Moltres low ist, Sunfish low ist, so, das könnten halt, könnten halt große Probleme werden. Ähm, Esti-Kliskor kann ein Problem werden, Clef könnte, Clef wird eigentlich kein Problem mit Wellwind, Moltres mit, ich hab ein bisschen, ähm, weil Skate, glaub ich, auch Kovac dann zum Playoff sind drin und deswegen hab ich ein bisschen beim Teambuilding Panik geschoben, hab Siebert gesagt, er soll lieber mal Wellwind auf Mons packen. Ähm, und Haze-Packs. Ich weiß nicht, was ich gefragt hab, äh, oder nicht gefragt hab, aber erinnerst du dich noch an Season 4 Liga 2? Äh, fast jetzt genau. Wo es das Game Frubbles gegen Levino gab. Ja, das war geil. Ja, das war genau die gleiche Situation. Wenn Levino 6-0 gewinnt, dann hat er die Liga gewonnen, ansonsten du. Und ich muss sagen, genau in dem Game, Siebert gegen Oskar, als ich das gesehen hab, da hatte ich genau diese gleiche Anspannung. Diese Anspannung, wird jetzt gleich ein Kill kommen, wird kein Kill kommen? Weißt du, was wird man machen, wenn es auf einmal so aussieht, dass es ein Kill kommt? Äh, also ich muss sagen, klar, ähm, das ist echt nicht geil. Aber das Feeling als Zuschauer ist geil. Das Feeling ist geil. Aber dass das Prinzip so funktioniert, dass man, hier, also gut, hier muss man sagen, äh, es wäre vermeidbar gewesen, dass diese Differenz entsteht. Äh, hier wäre sehr viel ausbaufähig gewesen. Allein schon, wenn Rudi vorhin das besser gespielt hätte. Aber es gibt ja auch Situationen, wo man das gar nicht beeinflussen kann. Ich... Da find ich's dann schon, dann find ich's dann schon dämlich. Ja, schon. Ich muss, äh, sagen, aber Siebert ist natürlich ein Mann von Ehre und hat sich überlegt, als Wincon um 6-0 zu gewinnen, ist natürlich die, die Kingstruck-Q rum. Ähm. Wollen wir schon mal ins King starten? Ich bin der King. Äh, oh, der Blaufuchs ist da. Das ist so der Gau Prezi, seit wann ist Willi Klee so. Ähm, Historia ist drin, FIFA 23 drin. Ähm, hier kommt Trick. Es ist halt, es ist halt, wie du sagst, du siehst den Trick und denkst schon mal so, scheiß, okay, was passiert jetzt? Äh. Klingt Florian. Äh, Sharon Jäger. Und hier ist auch schon so, wenn der jetzt Peach abdrückt, haben wir auch ein Problem. Deswegen geht man in den Killen in den Killer. Ähm, aber hier wird rausgegangen. Jetzt kommt Slowking rein, halt. Mit der CM ist das auch so ein Problem. Aber erst mal ein Q-Uvo-Ram. Future-Set ist der aber auch einfach. Ähm, ja. Q-Ram. Und jetzt kommt hier der gemeine Sub. Äh, und jetzt kommt der Ice-Sagel Spear. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Äh, Q-Ram ist ein Believer. Problem ist aber, ich meine, das ist ein Roll, weswegen Seabird jetzt roostet lieber, statt den zu killen. Hast du zwei Ice-Sagels Spears in a Roll? Ja, 13, 12, ja. Ja, also. Wer klickt nicht? Äh, ein Spieler, danke Kinglord Niklas. Mit der Elektro-Riese ist drin, das ist Rafa. Ähm, Gigachat Volume 3 ist drin. Man muss sagen, Stunfels hat jedes Mal abgeliefert, bei Seabird Röckers Band gelegt. Also man, und jetzt ist er da, Armin. Äh, Problem ist hier zu Toxic, ist halt ein Play, den man machen könnte, wenn man Nasty Plot Rotum Heat erwartet. Aber man traut, man kann sich ihn halt nicht erlauben, weil du darfst dieses Mulschuss auch nicht für den jetzt auf den Overheat hier, Keldio. So, hu, ähm, rettet man sich nochmal und nochmal sieht man, kann man das halt nicht machen. Kommt jetzt Toxic wäre eine Option, aber das kann sich halt das Team mit auch nicht taunen. Er muss Flip-Turn auch, weil, ähm, weil, wenn das so Pescho-Nasty ist, ist es auch, aber es ist gut, das hat man eigentlich schon gesehen. Aber naja, äh, so, da kommt Walplum rein, das kriegt Nature's Madness ab, Nature's Madness, SD Edge ist eigentlich ganz cool gegen das Team. Und Hornleach, weil Stealer und so gechippt wird. Ja. Wir sehen auch Strengthsab. Hier dabbelt man schön halt auf Slowking, das heißt, man kriegt... Okay, Kurem macht hier halt doch jetzt wieder Pressure. Toxic wäre ziemlich nervig, aber das kriegt man nicht am... Ähm... Ja. Kurem subbt wieder, der kriegt doch immer sein Sub auf Slowking, weil er jetzt nicht irgendwie Powerjam oder... Sonst haben wir halt zwar dieselbe Fail-Situation. Äh, Kurem, ähm... Ja, danke, Kurem, dir. Ich habe jetzt eigentlich hier die Chance zu flinschen. Ich weiß es nicht, ich glaube schon hoch. Äh, da wird über das neue Out-Team aus den Neuen geschrieben, Achtung, Spoiler. Ähm... So, und jetzt ist halt Rotem Heat drin. Discharge kommt. Sub. Und jetzt wird's halt eine eklige Nummer. Weil, äh, man muss hier vielleicht die Overheat-PP wegbekommen. Man muss auch, ähm... In meinem Kopf war in dem Moment drin so, ey, wenn jetzt Sieber durch den Sub gleich an das Army Voice Rotem Heat sein eines Mord verliert. Oh mein Gott. Ja, das wäre crazy. Man muss leider sein, dass Oskar das hier gut spielt. Und dann noch seine genügend Discharge-PP ausnutzt. Toxic wäre überscrollt vermutlich besser auf dem. Hier macht Oskar das gut. Wir haben jetzt gesehen, wir halten Giga-Chat-Play, welcher doch free ist so. Ja, weil es Gold macht halt nicht. Ja. Da hätte... Also, dass er jetzt irgendein kranker Play gewesen wäre, daraufhin KD umgegangen. Und das... Ist halt total unlucky. Wir sehen jetzt hier den Discharge. Ja. Und jetzt gewinnt Sieber die nächste 50-50. Ja. Wir sehen nette Worte von mir. Ähm... Und dass der halt misst... Dass der Overheat halt misst. Äh... Und jetzt... Ähm... Müssen wir darauf gehen. Aber es kommt ja auch... Der Overheat wirkt wieder. Aber es bringt nichts. Das ist auch so... Das ist auch so der Moment. Wir können ja immer kurz pausieren. Das war ja auch schon in Season 4 so. Und als dann der erste Kill kommt, dann... Dann... Dann spielen die Gefühle verrückt. Ja. Man muss auch dazu sagen... Also, das ist ja so ein Meme von Oskar. Dass er irgendwie Komo und Rocks liebt. Rocks getten. Dass er das unterlustig findet. Ähm... Ich gönne es Oskar wirklich, dass er... Oskar ist ja nicht ihr beste Spieler. Das ist ja auch kein Geheimnis. Das weiß er auch so. Ähm... Ich gönne es dann auch wirklich so... Äh... Dem Oskar, dass er sich da halt total freut und so. Aber ich weiß nicht. In dem Moment war ich ein bisschen mehr abgefuckt, als ich es jetzt bin. Aber... Keine Ahnung. So Tribut, der nicht immer mitgespielt hat. Das Bäumchen. Ich weiß nicht, warum man dann... Dazu sehen wir, glaube ich, am Ende noch ein paar Sachen im Chat. Ich weiß nicht. Warum war es so unfassbar? Ja. Also, to be honest... Da muss ich dich auch ein bisschen kritisieren. Das ist dann doch wirklich doppelmoralisch, wenn man sich über sowas aufregt. Wenn man es selber dann doch teilweise macht. Ja, aber ich freue mich meistens eher für mein Team. Das ist halt dann... Aber du bist da jetzt nicht... Ja, ich bin jetzt kein Unschuldskind auch. Muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem. Das ist jetzt nicht der Extremfall, aber auch kein Unschuldskind. So, jetzt sehen wir hier noch Meteorbeam Stealer. Ja, das ist halt kein gutes Set gegen Stunfisk. Muss man leider ehrlich sein. Aber es ist halt ein gutes Set, um Kill zu bekommen. Eventuell, wenn Stunfisk low ist oder so. Und daraus ist es ja ausgelegt. Ja, wir können das mal auf Fast machen, weil jetzt ist irgendwie... Jetzt ist... Also, es wird sich so wirklich so nichts mehr ändern. Es geht jetzt eigentlich noch nicht mehr viel. Also jetzt, keine Ahnung, jetzt gewinnt halt noch Bulu, was Gumba sehr aggressiv macht, weil Gumba Bulu über alles hasst. Ähm... Ja, danke. Ähm... Die DDL ist... Ähm... Stark vertreten hier. Ähm... Holy shit. Ach du Scheiße. Ach, Oskar... Der Waterliga-Talk ist braun. Also, wie ein Channel es wirklich geschafft hat, einen Server kaputt zu machen. Ich weiß gar nicht, ob du die ganze Geschichte kennst zwischen dem Waterliga-Talk und Tobi und Framels. Ähm... Also... Ja, ein bisschen einen Teil kenne ich. Also, er hat Kampftermine da ausgemacht. Framels war getwigert. Framels hat am Anfang ein bisschen aus Spaß rumgebieft. Irgendwann war Framels wirklich genervt. Dann haben die wirklich rumgebieft. Dann haben irgendwann alle Kampftermine über den Waterliga-Talk ausgemacht. Dann wurde irgendwann der Channel einfach gelöchzt, der Liga-Talk. Ähm... Ja, man muss am Ende sagen, Mission hat geklappt. Nasty Plot Rotum Heat claimt einen Kill. Ähm... War ein bisschen bitter, der Eure Overheatmiss, aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass der es entschieden hat. Es wäre vielleicht ein bisschen anders verlaufen. Ähm... Und, äh, GZ an die Tarnsteine damit, äh, zum Sieg der WOBL. Ich denke, das ist ein Team, womit man durchaus mit den Gewinnern hätte. Rechnen können. Man hätte auch sagen können, dass wir gewinnen. Man hätte auch sagen können, vielleicht das andere gewinnen. Ähm... Ja. Aber ich denke, so ist das, geht das schon in Ordnung. Es war jetzt zwar immer knapp, jetzt auch nur ein Differenzpunkt. Auch wenn ich sagen muss, dass der eine Differenzpunkt... Einmal haben... Wir haben im letzten Podcast drüber gejoked, dass die Tarnsteine wieder mit einem Differenzpunkt vorne gewinnen werden. Und, und es ist einfach wirklich passiert. Ich bin aber ehrlich, ich sehe das eine Differenzpunkt diesmal so ein bisschen anders. Ich weiß nicht wirklich... Also ich glaube, in so einem normalen Game... Ich weiß nicht, ob Sieg der dann auch 5-0 gewonnen hätte. So, weißt du wie schon. So. Ähm, ja, also dann... Ich glaube, da wären vielleicht auch mal andere Sets dabei. Oskar musste halt jetzt, äh, wirklich nur einen Kill holen. Und ich bin mir schon... Ich denke mal schon, da ist man mit einer anderen Mentalität ans Teambuilding gegangen und mit einem anderen Ziel. Mhm. Wobei es war ja jetzt auch die letzten zwei Games so... Äh, Oskar musste halt nur einen Kill holen. Ich weiß gerade gar nicht, wie es beim ersten Playoffs-Game war, im Viertelfinale. Wie... Wann da das Match kam? Äh, der kam... Brabels. Brabels war das letzte Match. Brabels war das letzte Match. Ja, das ist, glaube ich, Argel gegen Jonas. Nee, Rafa gegen Batzi, glaube ich. Rafa hat tatsächlich gegen Batzi gewonnen. Und dann hat halt Argel gegen Jonas gewonnen. Und, äh, Demi gegen Oskar. Und dann kam halt das Game, äh, Terokok gegen Frabels. Also, Oskar, absoluter Giga-Chat, hat einfach ab den Playoffs auch... Also, davor auch schon ein bisschen, aber ab den Playoffs dann scheint er einfach aufgehört zu spielen. Aber, ähm, als gut... Aber, aber es ist jetzt auch nicht so... Also, ich habe von Brabels gehört, dass Oskar irgendwie so sagt, dass er jetzt irgendwie den Sieg nicht ganz so verdient hat. Er hat ihn genauso verdient. So, den Kill musst du auch machen. Und es gehört ja ganz genauso zum Team und so, keine Ahnung. Also... Ja, ja, klar. Also, ich verstehe halt, was Oskar da meint. Ja, ich auch. Er hat sich halt... Also, Sache ist halt, jetzt außerhalb vom ersten Game und dass man gegen Demi Thoras verliert, das ist ja... Komm, das nochmal... Das kann ja mal passieren. Ja. Aber am besten, wenn halt wirklich nur deine Aufgabe darin besteht, einen Kill zu holen, ja, mein Gott, dann holst du halt den einen Kill. Der sieht halt nicht so souverän aus, dass du legit zweimal 5-0 verloren hast und dann eine Siegerrolle bekommst. Also, das ist, denke ich, auch echt lustig. Ja, das ist so. Aber man kann der Oskar auch keinen Vorwurf machen, so. Hm, lustiger... Ich meine, er ist ja nicht schuld daran. Ja, Rafa, Jonas, die das erste Mal hier mitspielen, direkt was gewinnen und frappelt es jetzt mit dem zweiten Sieg in Folge, quasi. Ja, das ist echt cool. Also, das... Äh... Ja, das ist echt cool. Das ist... Ähm... Da kann man es belassen. Ja. Äh, gönne ich ihr auch, weil... Äh, ja, keine Ahnung, wenn man gerade die Lust so ein bisschen am Mond verliert, so auf Dauer jetzt so zum Ende hin von Gen 8, alles so ein bisschen öde wird ein bisschen, dann ist das doch so ein Happy End, nochmal ein paar Ligen zu gewinnen. Ähm. Ähm, und ich denke, es war dann doch wirklich ein spannendes Finale, auch wenn ich mich selber ein bisschen schlecht fühle, weil ich es am Ende so ziemlich runtergerissen habe. Andererseits fühle ich mich aber auch nicht ganz so schlecht, weil... Ich denke mir halt so, das ist kein Z, wofür ich mich jetzt groß schämen muss, dass ich das nicht kaum gesehen habe. Und Sache ist halt, ich habe auch wirklich die Erkenntnis gemacht in den letzten Wochen, äh, manchmal läuft Mons einfach und manchmal läuft es nicht. Ich meine, also klar, du bist immer ein großer Einflussfaktor von dem Game, aber wenn man sich mal so ein Match anschaut von einem guten Spieler, oder von einem Spieler, der öfter gewinnt, da bemerkt man, dass super viele seiner guten Situationen, wenn er sich in einer guten Position spielt, dann liegt das daran, weil er einfach einen, ja, weil er einfach irgendeine Prediction gewonnen hat, oder einfach weil irgendwas im TB vom anderen Spieler nicht bedacht wurde, beziehungsweise es kann halt alles passieren, für das alles passieren, wo man eigentlich so gut wie keinen, äh, nichts darauf einwirken kann. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe schon, so, keine Ahnung. So, mal gewinnst du halt legit aus dem Grund, weil es einfach besser lief für dich. Ich bin auch der Meinung, also wir haben jetzt keine ewige Diskussion für den Podcast über, wann Mons spielt, gut, das alles ist der Meinung, aber ich bin der Meinung, ein bisschen irgendwo ist, glaube ich, Mons spielen ein bisschen wie Fahrradfahren, das klingt ein bisschen simpel, also, die Basics hast du halt irgendwann raus, so, du erlernst, du kriegst dann immer mal wieder, also kriege ich halt mit, ich kriege dann immer wieder Lust auf neue Sachen, die zu spielen, ähm, sei es, dass ich zum Beispiel in letzter Zeit gerne so Sachen wie Trick Sticky Barb machen, dass ich, äh, oder irgendwann hatte ich angefangen, aktiv auf meinen Monster zu spielen und das sind halt einfach so Sachen, die eignen sich so irgendwann an und, äh, dann hat man die halt einfach drauf und so und wenn dann zum Beispiel man jetzt Beispiel, jetzt wenn ich mit Frabbles gegen mich zum 100. Mal spielt oder so, dann ist das, gibt's kein so klares, der, die ist besser, der ist besser oder so, dann ist das meistens einfach so ein, hängt so ein bisschen jetzt vom TB wirklich ab und das ist halt einfach so ein, jeder kann da gegen jeden gewinnen irgendwann, finde ich so. Ja, ist halt auch so diese Matchup-Theorie. Na, Matchup nicht unbedingt, sondern halt auch einfach so, dass jeder es dann irgendwann drauf hat halt auch so ein bisschen und, ja. Ja, klar, also, aber halt, Matchups sind halt auch immer komplett anders, da kann immer komplett anderes passieren. Schon alleine davon hängt's ab, wie gut wirst du das Game spielen können und das alles. Ja. Also, so, Matchup ist halt noch das, wo du dich am besten drauf vorbereiten kannst. Ähm, ich finde das relativ schwierig zu formulieren, deswegen habe ich vielleicht doch für den einen oder anderen böse Scheiße. Ja, das kann sein. Aber es gibt so viele Einflussfaktoren, für die du halt einfach einen guten Tag brauchst, damit die klappen. Ähm, also, ich muss aber auch sagen, was ein bisschen unterm Radar war, was zumindest mir so ging, äh, ist, wie unfassbar stumpf der Teamname der Tarnsteiner ist. Ähm, ich finde eigentlich das, äh, ich muss sagen, klar, das Logo ist jetzt nicht ganz neu, aber ich finde die Idee richtig cool. Ja, ich auch, aber ich, wie, ich hab mich mal Raffa mal drüber unterhalten, so wie stumpf das einfach ist, dass das Team einfach Tarnsteiner heißt, einfach Rocks. Warum dreh ich hier rum? Ähm, man muss auch sagen, äh, Humanolith-Logos, absolute Gewinner-Logos, äh, tatsächlich. Ähm. Ich muss mal was sagen, ihr habt euch die fucking, die Präzis genannt. Die Präzis sind gegen die Tarnsteine. Beschwerden tue ich dich, das ist eigentlich, was Nicknames, Teamnamen angeht, Goated, Finale, die Präzis gegen Tarnsteine. Aber Humanolith-Logos sind tatsächlich Gewinner-Logos. Ich meine, ich hab die WZB auch schon mal mit dem Humanolith-Logo gewonnen, also Liga 2. Ich hab auch, HKP Liga 2 wurde auch mit dem Humanolith-Logo gewonnen, und jetzt wurde die Championship mit dem Humanolith-Logo gewonnen, ähm, und GZ an die Tarnsteiner. Nochmal, ja, reicht jetzt auch, ähm, wann sitze ich bestimmt in der neuen Season im Podcast? Ähm, ich hoffe natürlich, dass die Gewinner alle mitmachen werden, wahrscheinlich dann. Ich weiß nicht, wann eine neue Season startet, ich darf bestimmt noch nichts liegen. Ähm, bestimmt zu Gen 9 oder so wird ehrenlos. Ja, ja, also ich kann ja schon mal für die fleißigen Zuhörer hier sagen, Glückwunsch, dass ihr zu dem Teil des Videos gekommen seid. Ja, 400, 500 gewonnen. Ich hab, ich hab das schon so lange, äh, nicht so lange, ich hab das schon so oft erwähnt, aber, ja, eine neue Season wird erst ein höchstwahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, aber vielleicht dieses Jahr noch, ich weiß es nicht, aber halt zu Gen 9. Ich weiß nicht, ob ich am Anfang von Gen 9-1 spiele, die Mons sehen alle so hässlich aus auf Showdown. Ähm, die Sache ist halt, es braucht halt wirklich eine Zeit, bis, man braucht bestimmt, äh, zwei Wochen oder so, um die Mons richtig zu erforschen, was die überhaupt machen, ist, also, ja, sagen ich es nur so, das Game muss rauskommen und das Game muss erstmal von vielen durchgespielt werden. Dann muss Showdown sich halt auf das Spiel updaten und dann muss man selber auch an den Punkt gekommen sein, wo man dann selber ein bisschen mehr Spielerspielen kann. In-Game ist eh viel schöner. Ähm, ja, wird, wird so ein, also tatsächlich, das ist ja ganz interessant, wir können ja mal so ein bisschen über Gen 9 philosophieren, wenn du darauf noch Lust hast. Ja, das können wir machen. Es wird sich halt unfassbar viel ändern. Äh, vor allem in der Mons-Szene, wir werden halt super viele neue Spieler bekommen. Ah, das ist mir ja auch gar nicht länger. Und in zwei Jahren werden wir, also, in zwei Jahren werden die bestimmte Liga 1 komplett neue Spieler haben, die es vor Gen 9 noch gar nicht gab. Äh, das Meter wird sich komplett verändert haben, denke ich mal. Äh, so was ja ganz groß war, weil Gen 8 war jetzt Dragapult oder sowas. Oder mal ein ganz großes Beispiel, dass einfach Celestealer sowas wie Meteor Beam bekommen hat. Ja stimmt, das vergisst man auch einfach. Also die ganzen DLC-Moves vergisst man einfach so komplett. Äh, es wird halt einen kompletten Strukturwandel geben, weil, was jetzt so zu Gen 8 eingeschlafen ist, ich habe richtig wenig neue Ligen gesehen. Und allgemein, so, sagen wir mal, Anfang mit der Gen 8, so 2020, als die DLCs rauskamen, es gab richtig viele neue Ligen. Es gab richtig viele Trash-Ligen. Äh, insgesamt, äh, war super vieles belebt. Und das ging halt jetzt so zu Gen 8 zu Ende, weil ja, es wird auch eintönig. Ähm, es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Reise. Es wird auch wirklich geil, was, also, ich bereue manchmal, dass aus Gründen ich nicht mehr auf dem Presence-Server bin. Ähm, weil ich bin hyped auf die ganzen Promos, wenn nicht dann, ich freue mich dann auch schon wieder, wenn es irgendwann heißt von den 9-Bot-Spielern, dass die eigene GPL aufgemacht wird. Ja, äh, auch GPL, das Ganze, da werden wir eine neue Tierlist bekommen. Und, damn, als die erste GPL-Gen 8-Tierlist angekündigt wurde, puh, das war eine Zeit. Und man muss auch dazu sagen, da war es eine Menge Diskussionen. Man muss auch dazu sagen, ich weiß, oh, was ich, ich finde das ja immer schon anstrengend bei Directs allein nur schon. Ich finde das auch wirklich anstrengend. Meistens ist es dann nicht so schlimm, aber wenn dann, oh, wenn dann die Mons erst mal draußen sind, jeder wird dann eh, also es ist ja eher gutes Rechnen, es ist auch gut, dass die Leute das machen, aber jeder wird dann erst mal seine Meinung zu Mon XY, und schreiben, dann wird dann jeder, ähm, wie heißt's, ähm, seine Meinung direkt festigen, sagen, der ist broken, das ist broken. Ich freue mich dann auch schon auf den Rego Bing. Ähm, ja, was halt komplett nervig ist, ich bin der Meinung, das hat sich mittlerweile in Mons verbessert, es gab schlimmere Zeiten, aber das, äh, man konnte an einem bestimmten Punkt nicht mehr so seine Meinung äußern, ohne dafür geflamed zu werden. Hm, ja. Vielleicht nehme ich das jetzt nur selber einfach ein bisschen negativ auf, aber teilweise waren Leute echt anstrengend. Ja, das Problem ist halt, bei dem Thema ist halt so ein bisschen so, dass es halt, man, ist es halt so, dass es halt ziemlich viele Bubbles ja gibt, oder halt große Bubbles gibt auf Discord, und dann fängt es sich halt so an, dass die Leute eben die gleiche Meinung teilen, und, äh, wie heißt's, dann ist es halt immer so, und dann ist man dann das Beispiel im Voice, und dann sieht jemand, da erzählt jemand Blödsinn oder so, was für die Leute Blödsinn ist, und dann ergibt sich das ganz schnell, dass da jemand von drei Leuten irgendwie drauf angesprochen wird. Hallo, Kumpelgamer. Was ich natürlich hoffe, wir werden ja, ähm, super viele neue Ligen, denke ich, sehen, die aufmachen werden. Naja, was ich so ein bisschen hoffe, dass es sich in der Szene bessern wird, äh, dass einfach nicht, dass nicht irgendeine neue Liga aufgemacht wird, und dann da tausende Leute einfach nur hingehen, die Liga flamen und dann mitspielen, weil die Tierlist halt noch kacke ist und sowas. Das ist halt irgendwie schon ein bisschen peinlich. Ja, das muss man halt auch dazu sagen, so, also, keiner, jeder, der jetzt da mit Gen 9 mit Draft, mit allem anfängt, ich weiß nicht wirklich, wie es damals war, ist jetzt schon gut her, ja, ich weiß nicht, wann Gen 8 rauskommt, 2019? 2019. Ja, äh, ist jetzt gut her, dann, also, irgendwie hab ich das Gefühl, dass Leute, die jetzt neu in die Monst-Szene kommen, es deutlich schwerer haben, als Leute von damals, so. Irgendwie ist die, also, ich weiß nicht, ob das nur drin, daran liegt, dass, nicht, dass ich dabei bin, sondern, dass, dass ich jetzt mehr in der Monst-Szene voll drin bin, so, und das deswegen mehr mitbekommen habe, aber irgendwie hab ich das Gefühl, es ist so ein ganzes Stück toxiker einfach geworden. Was, ich find's jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist furchtbar oder so, also, ich trage ja irgendwo dann auch irgendwann immer mein Teil dazu bei, aber es ist halt ein bisschen so der Fall, dass, ähm, das Problem ist, dass halt dann, keine Ahnung, wenn der, allein, ich krieg das ja schon mal, man kriegt das ja mit, wenn Leute auf die WOCP join, da reist kein Discord-Profilbild zu haben und du wirst als zweite Count abgestempelt, ist halt ein Problem. Also, ein bisschen witzig ist es auch, aber, es kamen viele, es kamen viele Leute dazu, die für ihr Unwesen gesorgt haben, kann man so sagen, ähm, aber, man muss sagen, so 2021 war dann eine sehr viel schlimmere Zeit, als es jetzt ist. Das hat sich ein bisschen beruhigt, die Leute sind auch ein bisschen gewachsen. Äh, was mich tatsächlich noch interessiert, was ich mal ansprechen kann, ähm, so, wir werden zu der neuen Thematillist super viele Monst haben, die am Anfang als richtig schlecht oder sowas abgestempelt werden und dann halt den übelsten Sprung machen. Was jetzt so tatsächlich so ein Beispiel für mich war, war Qurum. Ja. Man hat irgendwie, man hat, finde ich, mit der Zeit immer mehr Sachen rausgefunden, die man mit ihm spielen kann, zum Beispiel dieses, ähm, Icicle Spear Sub-DD-Ruse-Set ist zwar in meinen Augen ein Set, welches man sehr leicht umspielen kann, aber auch dennoch sehr gefährlich werden kann. Ich habe Dragon Take Qurum gegen einen ASL-Mate gespielt, das war braun. muss man sagen, ähm, aber Qurum ist so ein Mon, was immer mehr erforscht wurde, was auch tatsächlich relativ vertreten war im Art hier, was man auch damals noch okay fand, aber mittlerweile ist es halt wirklich kein Art hier mehr. Oder sowas wie Zapdos Galar, das wurde am Anfang auch als komplett krankes Mon betitelt und es ist auch ein starkes Mon, aber es wurde auch immer schlechter. Ja, da... Warte mal, ich glaube, mach noch ein letztes Beispiel. Äh, Slowking Galar zum Beispiel war am Anfang halt, es war nicht schlecht oder sowas, aber man hat einfach nicht gesehen, was für ein Potenzial dieses Mon hat. Das hat sich niemand, oder doch, ab irgendeinem Punkt hat man sich gedacht, aber auf einmal haben Leute vermehrt angefangen, auf dem der EV zu packen und haben gemerkt, yo, der Gegner breakt das ja gar nicht. Ja, oder das war so der Anfang und bei Gloking muss man auch sagen, also ich hab das durch Batzi in der HPL hab ich das angefangen zu merken, so, ab irgendeinem Zeitpunkt hab ich einfach nur noch CM gespielt und so, CM scrollt es halt und generell muss ich auch sagen, ich find das auch ganz interessant, so, der Gloking-Hype zum Beispiel war auch mal größer, so, ähm, war ein bisschen auch übertrieben, klar, aber es war dann auch mal deutlich größer und das ist jetzt wieder ein bisschen zurückgegangen und man muss auch dazu sagen, so Galazaptus hab ich jetzt durch Batzi mitbekommen, als der rauskam, hatte der den in der PPL mal im Ahr einfach so mal spontan und dann hat man mal drüber gelacht, wie dumm sie waren aber jetzt, wo er halt jetzt so zum Ende von Gen 8 überlegt Batzi den zum PPL-Rückrunde aus Spaß ins Ahr zu moven, so, weil, keine Ahnung, das ist wirklich eine Sache, das ist ganz lustig, wie sich dann die Meinungen auch ändern, so, Rilla, Rilla-Boom wurde auch mit dem DLC, als es dann Grasrutsche bekommen hat, niemals irgendwie im Ahr gesehen. Mhm, oder, was gibt's noch, es gibt viele Beispiele, Globro hat man auch ganz schnell als sehr behinderte Bruder von Galazloking abgeschlempelt und ist eigentlich ein ziemlicher Chef, was man jetzt auch in der WCB gesehen hat bei Jonas. Ähm, vielleicht auch so Galada Maniton noch so eine Sache? Äh, ja, Galada Maniton, dafür, dass der als Kern bastelt. Also, in der deutschen Szene hatte Galada Maniton einen der legendärsten, ähm, sagen wir mal, Verläufe überhaupt. Also, ich will mich nicht selber zu groß machen, aber ich bezeichne mich da mit, also, mit anderen gewinnsten Menschen, Halle Gumball Gamer, äh, als, äh, Influencer der Mann-Szene irgendwo, bezeichne ich mich jetzt ganz frech selbst. Also, dass wir, dass irgendwann, als Galada Maniton rauskam, komplett bastelt, das Mon macht alles tot. Hm. Und, äh, dann wurde's ganz schnell so durch HKP und alles so, dann haben wir ganz schnell gesagt, Mann, das ist Mon schlecht und der ist gar nicht mal, aber das Geile war, die Begründung war von uns immer, der ist gar nicht mal so gut. Äh, äh, weil Sia den hatte. Was man sagen muss, ihr habt richtig scheiße mit Galada Maniton gespielt. Da muss man dazu sagen. Also, dieses Mon, kann so unfassbar viel machen, aber ihr habt so scheiße mit dem Spiel. Man muss dazu sagen, es ist nicht so schlau gesnipt. Also, ich hatte den ja getrapt, ich wollte eigentlich ein paar Arten um den bauen. Problem ist, ich wurde gesnipt und hab den am Ende spontan reingetrapt. Das sollte man tatsächlich nicht machen. Das ist nicht so schlau, aber jetzt in der HPL, da hatte ich den mit Rudi mit dem Track gepullt und noch mit irgendwas Coolem. Da performt der halt insane gut. So. Und, ähm, aber Dala Gemaniton ist eins der heiß diskutiersten Pokémon. Dala Gemaniton. Äh, viel machen, aber es stimmt halt teilweise, dass der Gemaniton was ich jetzt auch mitbekommen hab, jetzt auch in der Connection-Liga und auch generell so, was meine Erfahrung war, so mega kann Gamma wurde jetzt auch das öfter und zum Ende hin irgendwie erlaubt. Also auch so Nuttex-Mons so, sind halt auch so ein Ding. Die haben sich jetzt aber, das liegt jetzt sicher an Gen 8, Ende von Gen 8 oder so, aber keine Ahnung, so Nuttex-Mons hab ich mitbekommen, dass halt auch viele einfach so öfter mal erlaubt werden und, ähm, so mega Gamma, wie gesagt, hab ich jetzt auch öfter gesehen und was wollte ich noch sagen zu, ähm, Galada Mandantin, der hatte ja sein, der hatte ja seinen Tief, dass wir den aus Spaß, ein bisschen auch aus Spaß, einfach komplett gehatet haben, aber irgendwann hat sich dann so etabliert, dass er Tat und den einfach übel gefeiert hat, ähm, dann hatten Gumbad, ich hab mitgemacht und dann hatte Gumbad den auch in der U-Best-Liga mit dem performt und dann war das plötzlich dann wieder ganz schnell das geilste Mon der Welt. Ja, man muss sagen, das war eine sehr anstrengende Phase von euch, dass ein Mon gut war, weil es performt hat und dann hat man jegliche Argumentation fast schon ignoriert. Das ist der Goat, hieß es dann. Aber ich finde, ja, noch abschließend muss ich sagen, man ist durch Gen 8, äh, also hab ich mitbekommen, also, man ist es gut besser, aber auch man ist wirklich Diskussionen durchgegangen, es war wirklich ein langer Krieg, der Gen 8 lang geführt wurde. Aber man muss sagen, so rückblickend ist, so rückblickend ist, sowas halt immer cool zu erzählen, so was alles in der Gen 8 Zeit so in der Community passiert ist, weil das war echt viel. Ja, das war wirklich, wirklich viel, so vor Gen 8, keine Ahnung, so jetzt ohne mich selbst hervorzustellen oder so, die WNCP, ich weiß nicht, wann die WNCP gegründet wurde, ich weiß das nicht, aber auch nicht, auch nach Gen 8 erst, oder? Ja? Ähm, ja, ja, ja. Also keine Ahnung, das alles jetzt hier, wir haben Server mit 300 Leuten oder so, und, äh, wo aktiv Sachen ist, äh, oder auch so, ich bin als Beispiel auch noch nicht mehr da gewesen, in der Mondszene und so, alles, so, die ganze Mondszene hat sich gefühlt zu normalen Größen aufgebaut komplett und man muss dazu sagen, es war wirklich, was Diskussionen anging, ein wirklich langer, langer Krieg, der geführt wurde. Warst du bei den Dynamax-Diskussionen dabei? Das weiß ich nicht, aber, also, ähm, es wurde wirklich, also keine Ahnung, irgendwann zum Ende hin auch, was man ja schon als Ende bezeichnen könnte, man sollte endlich mal wirklich eine Dokumentation über das Zeitalter Gen 8 drehen, so wie sich das jetzt anfühlt, aber, eine übel coole Video-Idee. Das, äh, da, 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 das wünsche ich mir irgendwie oder irgendwer. Auf jeden Fall, ähm, also auch so diese ganze Diskussion, Bulu und Rillaboom, äh, Prümarina, Fini, Asu, so Nummern, sind auch so oft, so oft Diskussionsthema gewesen. Es gibt Menschen, die da Mandy Buzz hate, es gibt Mandy, Leute, die einfach Mandy Buzz feiern, es gibt, oh, es gibt so viele Mons, die einfach so ein Diskussionsthema waren, auch Mega Akron war immer wieder Diskussionsthema und ich hätte auch niemals gedacht, dass ich, äh, von Mega, dass er als Beispiel jetzt, wenn wir bei Mega sind, dass ich dann einfach zum absoluten Mega Steelix Fan werde, aber, naja, ähm, wir reden schon viel zu lange. Das sind Mons, die ich nicht so bemerkt habe. Ähm, so, ich werde abschließend zwei Dinge sagen, eins davon ist, der Abschluss für das Ganze, ähm, oh mein Gott, achso, ja, die Dynamax-Diskussion. Äh, ich denke mal, das, also, die Dynamax-Diskussionen waren, puh, die haben gebrannt. Ähm, gut, das ist das Bäumchen da noch nicht da, das Bäumchen, das Bäumchen ist auch entstanden in der Gen 8 Zeit, das darf man auch mal nicht vergessen, also, das hat auch ein paar, ein bisschen Diskussionspotenzial ausgelöst. Abschließend nochmal zu sagen, Gen 8 war eine absolute Reise, ähm, was alles so passiert ist und das Schöne ist, äh, oder das Unschöne ist, mal schauen, in was für eine Richtung es sich entwickelt, wir werden genau so eine Reise, denke ich, mit Gen 9 erleben. Ja. Ja, ich denke mal, das ist so das, was es zusammenfasst, wirklich werden wieder neue Ligen sehen, die, ähm, ja, eher schlecht sind oder mittlerweile Gen 8 hat, ähm, finde ich, super, also, das ist ein Fakt, dass Gen 8, äh, in Gen 8 super viele, sehr große Draftligen entstanden sind. Wir werden, äh, Leute sehen, äh, okay, man muss sagen, diese ganzen großen Draftligen sind tatsächlich auch Corona geschuldet. Ja. Das ist auch noch ein riesiger Faktor, den hab ich jetzt voll vergessen, aber Gen 8 lag ja mitten in der Pandemie. Ja, was tun? Schaut uns sagen. Für Mons. Jeder hatte in der Zeit 7 Ligen oder sowas. Das war auch eine, das ist tatsächlich sogar eine Zeit, die wir, glaube ich, gar nicht so zurückbekommen werden. Es hatten halt super viele Zeit für Ligen und selber eine Liga zu leiten und jeder hat eine Beschäftigung gesucht. Das ist crazy. Ähm, ich rede nur über die HKP. Äh, HKP, äh, ist ein Fakt und ist in meiner Meinung eine, eine sehr große, äh, deutsche Liga, die halt durch Corona entstanden ist und so, wenn ich mich richtig erinnere, sie ist halt nur entstanden, weil Flamingo nix zu tun hatte in der Corona-Zeit. Und eine Beschäftigung gesucht hat und, ähm, ja, die WACP ist auch letztendlich, äh, ich, ich will, ich will jetzt nicht irgendwie prahlen oder so, aber ist eine sehr große Liga geworden. Ja, ist ja so, ist ja kein Geheimnis. Es ist, das ist ja auch so zahlentechnisch ein Fakt. Äh, ist halt alles wegen Gen 8 entstanden und, ja, genau so eine Reise werden wir, denke ich, in Gen 9 erleben. Man muss sagen, vielleicht nicht mal so krank wie in Gen 8, einfach weil Corona jetzt nicht dazu kommt, aber da lasse ich mich auch gern vom Gegenteil überzeugen. Und ich freu mich sehr auf die ganze Reise, die wir durch Gen 9 erleben werden. Vielleicht. Ähm, willst du noch was sagen? Ansonsten mach ich die Verabschiedung. Ja, du machst die Verabschiedung, aber anschließend wollte ich noch sagen, man muss sich das noch vorstellen, dass einfach so, keine Ahnung, jetzt noch nicht mal der Bond-Szene vielleicht, keine Ahnung, der neue Admin von irgendeinem neuen großen Bond-Surfer zum Ende von Gen 9 noch nicht mal der Bond-Szene ist. So weißt du, wie ich mein? Ja, ja. Und noch gruseliger finde ich die Vorstellung, dass irgendjemand, der jetzt gerade so ein bisschen unscheinbar der Bond-Szene ist, irgendwann ein großer Admin wird zu Gen 9. Oder so. Hey, stell dir vor, wenn Gen 9 anfängt, Joint of, ich weiß nicht, in welche Richtung. Gamer 6-6. Auf einmal kommt da so ein fucking Low-Bob, der keine Ahnung von Mons hat. Der wird am Ende ein Mob. Und auf einmal drei Seasons später wird ist der in Liga 1. Und ist da einfach wie ein CP-Mod. Ähm... Es wird so viel kranker Scheiß, denke ich mal, passieren. Gut, mach die Abfahrtschiebung. Also, warte mal, warte mal. Ja, eine Sache noch, so als Beispiel für so eine krankene Spieler. Ähm, das komplette Team Schlägerei. Das war ja Deathshadow, Lucario, Franklin und Croninjum. Croninjum war von Anfang an ein ziemlich guter Spieler. Aber Lucario und Deathshadow waren auf gut Deutsch gesagt richtig scheiße am Anfang. Und das sind mittlerweile, die haben sich so weiterentwickelt, dass der... Nein, ich finde Lucario noch ein bisschen mehr als Shadow. Aber ich dachte, ich werde jetzt genannt als kranker Spieler, dass ich in Shadow 8 nehmone zinnere. Das auch, aber irgendwie... Du bist ein komisches Exemplar. Du bist einfach dazugekommen und warst gut. Ja. Mastermind oder so. Abschließend zu sagen, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Wir sehen uns in irgendeiner weiteren WCP-Saison. Macht's gut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Mit dem neuen Martin Lobo. Bis dahin und ciao!